Wir sind ein, wir tanzen nicht allein, komm doch mit zum Feierabend-Bahn. Feierabend-Märkte boomen in den Städten, nach der Arbeit entspannt frische Lebensmittel einkaufen oder sich einfach in netter Gesellschaft den Gaumenfreuden hingeben. Zwar war die Erstauflage auf dem Neustadtplatz in Gelsenkirchen eher ein mäßiger Erfolg, verspricht man sich jetzt am Heinrich-König-Platz die richtige Wahl getroffen zu haben. Gut, von dem Heinrich-König-Platz versprechen wir uns einfach mehr Frequenz. Wir hatten auf dem Neustadtplatz in Gelsenkirchen bereits einen Feierabendmarkt, der nicht so erfolgreich lief. Aber der heutige Tag zeigt uns, dass die Entscheidung richtig war, den Markt hier auf den Heinrich-König-Platz zu verlegen. Und das Wetter spielt mit, die Gäste sind zufrieden, wir haben ja ausreichende Händleranzahl. Insofern war es ein voller Erfolg, den Markt hier auf den Heinrich-König-Platz zu verlegen. Bei sonnigem Wetter kamen zahlreiche Besucher auf dem Feierabendmarkt am Heinrich-König-Platz. Ab sofort, jeden Mittwoch, unabhängig vom Wetter, soll dieser Markt etabliert werden. Die Resonanz bei Besuchern und Händlern vielversprechend. Also ich war erstmal schon neugierig darauf. Ich wollte das unbedingt kennenlernen und erleben heute hier und wollte einfach mal anschauen. Ich finde das toll, dass man einfach mal so, gerade für uns so spontan, mal eben hier runtergehen kann. Und man trifft dann auch hier immer alle Leute, die man hier so kennt aus der Umgebung. Mal ein bisschen essen, trinken, finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Das ist was ganz Tolles, was hier geschaffen wurde und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben mit so einem Andrang mit Sicherheit nicht gerechnet. Es ist ein super tolles Publikum. Wir sind zufrieden mit dem Verkauf und würden uns natürlich freuen, wenn es so weitergeht. Vor allem, dass es auch ein bisschen belebt hier wird, weil jetzt haben wir schon den schönen großen Platz und ich finde, dann sollte natürlich auch was drauf sein und Veranstaltungen stattfinden. Wie sagt man so schön, positiv überrascht? Ja, das auf jeden Fall. Also ich sage mal, das Spektrum, was hier angeboten wird, ist einfach nur super, klasse, toll. Ich hoffe natürlich immer, dass ein Feierabendmarkt oder ein Markt gut angenommen wird, aber wenn das dann so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, ist man natürlich auch zufrieden. Ich würde jetzt ganz spontan, würde ich sagen, die Stimmung, die ist hier grandios. Erinnert sehr an den Buranermarkt, dass das sehr locker, sehr lässig ist. Die Leute sind bereit einzukaufen, die Leute haben Spaß dabei, sie sind sich nicht für einen Witz zu schade und ja, wie gesagt, positive Stimmung und dann ist das eigentlich ganz geil. Und da ist das sehr schön, wie gesagt, die Leute haben sich nicht für einen Witz zu schade, und die Leute haben sich nicht für einen Witz zu schade, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020